So, und weiter geht's mit Folge Nummer 6. Diesmal auf. Und Streetpane fängt auch pünktlich an, perfekt. Diesmal wieder auf dem Kanal von Kananmoge. Ist dir doch egal. Ist mir egal. Ja, ist egal. So, ich hab mal das erste Obsidian gebrannt. Und das zweite... Wer ist eigentlich mit Rennen dran? Ich, oder? Oh, scheiße. Nein, nein, die Subsidien nicht, Mann. Wann, wen, zwei, ein Litz, Mann. Ja, genau, hab ich die Bauch gelernt. So. Unser Höhlenportal. Ähm. Da draußen haben wir noch Lager, oder? Warte, hier haben wir einen Verbreiter. Wollte mal eine Schaufel. Und schwinge die Schaufel. Der Craft, ey. Ich hab grad Kaugummi drin. Kaugummi. Was? Ich hab keinen mehr. Die ist gar nicht kaputt. Unter dem ist es gar kein mehr. Die Musik passt nicht. Warum machst du uns zum Bunker kaputt? Aber so schön. Ich bin so schön. Welches schöne Schild? Bunker. Zum Bunker, oder wie's weiß. Death is cold, sein Bunker, wie bei dir. Hier, Hausen, Chris und Thomas. Das sind wir. Ja, das ist Mario. Ja, genau die guten alten Zeiten. Also, das macht mal so eine Art Brunnen. Das ist diesen, ich weiß schon, das ist infinit Zeug. So, mit ein Wasser. Und nach dem Wasserholen müssen wir übrigens mit Lava-Holtran gehen. Und wie? Ähm, warte, wir haben jetzt vier. Da draußen sind noch vier. Wir brauchen nur so zwei Lava. Also jeder muss noch einmal laufen. Ach, scheiße, ich muss einmal mehr als du laufen. Da ist ein Creeper. Ich hab grad keine Waffe dabei. Bumm. Hol dein Zeug. Ja, wer ist da tatsächlich so ein bisschen groß? Ich hole ja auch schon den Rest der Lava, aber du musstest dann dafür reparieren. Ich kann noch nichts dafür, Mann. Ich kann noch nichts dafür, Mann. Ja. Ja. Alter. Also, das war jetzt, glaub ich, der siebte oder achte Creeper oder so. Also, unsere Creeper-Statistik ist angebrochen. Ich mach mal das Höllentor fertig. Und Bumm. Noch ein Creeper. Nachher könnt ihr die ganze Map wieder aufbauen. Ich hab's nicht mehr. Es ist verdübel dunkel. Wie ist das jetzt die Rache? Hast du überhaupt gelernt? Hast du überhaupt gelernt, Junge? Woher ist das überhaupt? Ach so, daraus ist das. gibt ein schilder mehr das kann ich heiße morgen stein dann wird der buch so richtig improvisiert er ist richtig punkten wie viele bundesländer deutschland das ist so geil so die Porto ist bald fertig das ist die gute die schlechte Nachricht ist es ist noch nicht zu weit die Bescherung kommt erst später welches müssen und mehr wir jetzt die ganze Lava da im Gang hat sie ganz Fakul zerstört es liegt vor es ist das für scheiß Musik ich weiß ich habe ein bisschen Obsidian mit man ist für die Gäste abgebaut oder haben wir noch 30 Obsidian aber ein bisschen was die restlichen 29 die werfe ich jetzt in die Lava wenn es geht es dir was zu machen ich weiß nicht was interessiert dass man boom ja eigentlich ja nicht aber so theoretisch ich hoffe dass heute kein Bild erlauben ist ich hoffe dass heute kein Bild erlauben ist Tja jetzt können die ganzen halt nicht mitreden die das erste Lenspläne nicht gesehen haben ja 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 hast du überhaupt gelernt an deinem Geburtstag Kuchen mit welchem Geschmack hm hm mit welchem Geschmack schluss ich brenn ich brenn ich brenn alter ich brenn alter scheiß ich brenn ich brenn ich brenn ich brenn ich brenn ich brenn wie viel ja ich mach erstmal die Lava zu Obsidian die Lava zu Hause ich brenn ich brenn ich brenn ich brenn ich brenn die Schenke ja passt schon und gleich BUM 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 Ach scheiße hier ist ja überall unser Bunker drunter ich werde jetzt nur gleich mit dieser Folge lesen und mich dann berichten wer mir geschrieben hat und warum hm wahrscheinlich irgend sowas wie hi wie geht's oh ja genau was machst du hehehe nichts du und wie geht's gut ja mir auch und die Musik ist wieder unglaublich wie sie um diese scheiß Lava Croft Musik gehen es wird schon wieder Nacht ja bald kann ich das im S lesen und unser Hellentor ist gleich fertig ja komm noch zwei Lava wo 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 kannst du da nein das kannst du nicht aufnehmen so noch eine Lava jetzt verwende ich schnell frei Mord kommen das ist ja das Mord war positiv höhe nein nur als die Wahrheit ist nein lass mich rein lass mich rein das ist Spaß wir brauchen jetzt übrigens noch einen Flint und damit wir uns ein Feuerzeug machen können aber das machen wir in der nächsten Folge und so regen wir die ganzen Typen dazu an die nächste Folge anzusehen so und weißt du was wir haben gefehlt wir brauchen noch ein Obsidian siehst du siehst du weil das nur 2 hoch ist ach scheiße die das die die diese die 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 1 2 2 auf 7 aber das Lobby in der Deck stopft also Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht und es müssen was machst was soll ich schreiben also Gute Morgen und damit beenden wir diese und ja die Aufnahme läuft noch und damit beenden wir diese Folge und kommt zur nächsten Folge Minecraft gleich also Ciao